Seine Begrüßung durch die anderen Teilnehmer hatte sich Joris wohl irgendwie anders vorgestellt. Das Boot war schon sehr, 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 sehr nah und keiner hat gejubelt, keiner hat geschrien, keiner hat mir zurückgewunken. Zugegeben, die Abholung von Knossi verlief im Gegensatz dazu deutlich euphorischer. Da sind sie rausgesprungen, da haben sie sich gefreut und super, guck mal, krass, mega. Noch glücklicher war aber Knossi selbst, als er gesehen hat, dass jemand am Strand wartet. Knossi hat verwechselt, dass Sabrina nicht seine Freundin ist, also da hinten ist meine Freundin, da ist sie, Schatz, Schatz. Zum Glück war dann aber auch seine wirkliche Freundin vor Ort.